Reisen ist wie verliebt sein. Selbst die vertrauteste Umgebung erscheint einem neu. Die Wiss Reisen AG ist ein Transport- und Reiseunternehmen mit Sitz im soloturnischen Bohningen. Die Firma besteht seit über 60 Jahren und wird von Reto und Susanne Wiss erfolgreich in der dritten Generation geführt. Reisen Sie sparsam, umweltschonend und sicher. Die Erwartungen der Gäste haben sich in den letzten Jahren spürbar verändert. Die Reisewünsche werden individueller und aktiver, gleichzeitig aber auch entspannter und persönlicher. Wir beraten Sie fachkundig und betreuen Sie auch an den jeweiligen Ferienorten. Unsere Reisebegleitung oder unsere Chauffeure und Chauffeurinnen beraten Sie gerne bei allen Fragen. Unsere Reisen sind mit Sorgfalt geplant. Wiss Reisen AG